Russland setzt im Angriffskrieg gegen die Ukraine Kampfhubschrauber mit einer neuen panzerbrechenden Luftbodenrakete, LMUR, ein. Das geht aus Angaben des britischen Verteidigungsministeriums hervor. Zwar habe das russische Militär etliche Hubschrauber dieser Art verloren, jedoch auch einen beachtlichen Schaden hinterlassen. Russland hat seit der Invasion höchstwahrscheinlich etwa 40k 52 verloren, aber dieser Typ hat der Ukraine auch einen hohen Preis abverlangt. Moskau habe seine Soldaten im Süden mit wenigen 9k 52m Varianten ausgestattet. Diese gelten als stark modifizierte Fluggeräte. Das russische Militär habe mit ihnen bereits Erfahrungen in Syrien gemacht, teilt das Verteidigungsministerium mit. Zudem seien die Kampfhubschrauber mit Luftbodenraketen versehen worden. Ganze 15km Reichweite können die Raketen zurücklegen, so das Ministerium. Die russischen Streitkräfte hätten die Gelegenheit schnell genutzt und sie gegen das ukrainische Militär eingesetzt.